Also eben dieses Einschränken schränkt quasi beide Seiten dann unheimlich ein. Und was ich ja da auch eben sehr interessant finde, ist, dass man sich ja, also jetzt beim Aussuchen vor allem, wie du gemeint hast, was auch ganz wichtig ist, dass man weiß, wieso man sich dann die Mentorin oder den Mentor aussucht. Und das muss dann auch eben reflektiert werden, wieso denn die Person tatsächlich die richtige wäre, sozusagen. Und das würde, würde ich jetzt argumentieren, würde vermutlich nicht reichen, dass sich das eben, wie wir jetzt vorhin gesagt haben, dass sich das nur auf den Karriereweg beschränkt. Weil vielleicht andere Dinge irgendwie so ein bisschen fehlen. Vielleicht lag da mehr an der Lebensplanung dahinter oder mehr an der generellen Arbeitsweise dahinter. Und das sehe ich vielleicht am Anfang nicht, sondern ich sehe eventuell nur, ja, die Person ist hier und da erfolgreich. Ja, das möchte ich auch. Und das ist aber die falsche Ebene, auf der man da eigentlich ansetzt. Also man möchte ja viel tiefer gehen, um quasi dann die entsprechende Unterstützung auch tatsächlich annehmen zu können jetzt für sich selber.